Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Verein im Podcast Episode 398. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wir waren im Urlaub gewesen und deswegen sind wir zu zweit. Ja, hallo, obwohl wir zu viert im Urlaub waren. Ja, aber nicht jeder wollte oder konnte an dieser kleinen Produktion teilnehmen. Frau Hund zum Beispiel kann nicht sprechen. Ja, sie ist auch sehr müde. Sagst du Frau Hund? Eigentlich nicht. Eigentlich sage ich Fräulein Hund. Du sagst Fräulein zu ihr? Wir waren im Urlaub. Und es war sehr schön. Danke, dass du da bist. Schön, dass du wieder dabei bist. Okay, warte. Wollen wir aufzählen, was schön war? Ja, das ist eigentlich der Plan gewesen. Hot Dogs, Pommes. Hier diese... Sandwiches. Ja. Rumkugel mit Lakritz-Flavor. Jetzt verraten wir es. Also mit Hot Dog haben wir schon Away gegeben. Hattest du irgendwas mit Fisch gegessen eigentlich? Nee. Nee? Nee. Hast du verpasst? Ja. Komm, los, zurück. Zurück nach Schweden. Fisch essen. Ja, wir waren in Schweden im Osterurlaub, zwei Wochen im Wohnwagen und wir sind losgefahren am Ostermontag mit einer ersten Etappe, die uns nach Kopenhagen geführt hat. Das ist Dänemark. Das ist noch in Dänemark. Also damit keine Verwirrung auftaucht. Ihr wisst das, wir wissen das auch. Da haben wir gekämmt in einem alten Vor. Darf ich kurz was sagen? Los. Ich finde es faszinierend, wie sich dein Tonfall verändert, sobald du auf deine Notizen guckst. Ist das so? Ja. Da bist du, also, ja. Verrückter Wett. Wir haben in einem alten Vor gekänzt. In einem alten Vor. Von 1848. Jedenfalls ist da jetzt ein Campingplatz drin. Und die waren komplett irre, denn die haben überhaupt keinen Bock auf Kundenkontakt. Auf Menschen. Also voll nicht. Auf der Homepage steht, man soll auf jeden Fall buchen. Und weil sehr viele Leute kommen und enttäuscht wieder nach Hause fahren müssen, weil sie nicht gebucht haben, weil das Ding voll ist. Die enttäuschten Gesichter wollen die sich schon gar nicht reinziehen. Richtig. Man kriegt also eine Mail. Da ist der Buch unter der Zugangscode für die Schranke und die Dusche und für alles. Und der Satz, diese Buchungsbestätigung wird 99% ihrer Fragen beantworten. Bitte belästigen Sie uns nicht. Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie nochmal nach. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie auch nicht an. Jeder macht einfach sein Ding. Fertig. Und wenn Sie doch Fragen haben, kommen Sie einfach morgens um neun in unseren kleinen Kiosk. Dann singen wir Morgenlieder. Das haben wir verpasst. Ja. Weil es war Urlaub und neun Uhr ist ja eine einstellige Zahl. Furchtbar. Ja. Details zu den Campingplätzen habe ich gedacht, machen wir einfach im Campingcar oder im Podcast da, wo Sie hingehören. Wir sind durch Kopenhagen gelaufen und haben uns die Stadt angeguckt, weil wir die beide noch nicht kannten, was eigentlich ein Skandal ist. Ich war wohl mal als Baby da. Verrückt. Und hast du was gesehen denn? Ich glaube alles. Ja. Wie ich meine Eltern kennen, haben wir alles uns angeguckt. Wir waren bestimmt zumindest bei dieser Meerjungfrau. Ja. Die haben wir zum Beispiel nicht angeguckt, weil es uns zu doof war. Das wäre meinen Eltern nicht passiert. Ja. Aber das war auch noch ne andere Zeit. Damals war die auch noch auf dem 50 Pfennig Stück. Die Meerjungfrau aus Kopenhagen? Ja, ich mein ja. War auf dem 50 Pfennig Stück? Ja. Wollen wir das mal googeln? Das kommt mir komisch vor. Leute mögen es, wenn man den Podcast googelt. Mit dem Computer googeln vor allem. Meerjungfrau, Frau, oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr tippen. Kopenhagen. So. Das ist, was du googelst jetzt. Meerjungfrau Kopenhagen. Googelst du einfach nur diesen Begriff? Ja. Um rauszufinden, ob die auf dem 50 Pfennig Stück war. Warum schreibst du nicht 50 Pfennig dazu? Weil ich echt nicht so gut googeln kann, offensichtlich. Du kannst wirklich nicht gut googeln. Das bin ich eigentlich für einen Journalist. Guck mal, das kommt noch nicht mal als Vorschlag. Was ist das denn? Das Rollo. Ach, Quatsch. Ja. So. So war es so. Ja, war sie gar nicht. Nee. War eine andere. Ja, und wie kommst du da denn drauf? Wo war die? Die war doch auf irgendeinem Geldstück, oder nicht? Warum soll denn was aus Dänemark auf deutschem Geld sein? Ja, was weiß denn nicht. Ja, das ist richtig unlogisch. Naja, gut. Wir sind halt genau deswegen nicht hingegangen, weil die nicht auf dem 50 Pfennig stücken. Waren wir sofort enttäuscht, fanden wir kacke und haben uns das deswegen nicht angeguckt. Ja, aber... Lässt du das drin? Nee. Nee. Das ist ein bisschen... Gar nichts. Ja, ich lasse gar nichts drin. Es wird eine stille Folge werden. Erinnern wir uns an irgendwas aus diesem Stadtrundgang, was wir gut fanden? Die Pommes waren nicht Salz. Achso, nee, das war schon generell schön. Wir haben wahrscheinlich viel zu wenig Zeit gehabt, um dieser Stadt gerecht zu werden, weil wir da echt nur einmal so durchgetapst sind. Und ich habe da Königin gewunken. Naja. Doch, hinter der Gardine hat es so kurz gewackelt. Ja, wir standen auf dem Platz vor dem Palast und haben die Wachen angeguckt und waren uns nicht sicher, in welchem der fünf Häuser an dem Platz sie denn wohl wohnt. Ich habe doch die Gardine wackeln sehen und habe gewunken. Gut. Ja, dass da mit diesem gutes Wasser war und diese Cafés und so, das war hübsch. Aber irgendjemand wird sich mit Kopenhagen auskennen und gerade doll den Kopf schütteln. Christoph zum Beispiel. Entschuldigung. Christoph ist ein Riesenfan von Kopenhagen. Warum haben wir den denn nicht gefragt? Wir hatten noch keine Zeit, wir waren nur punktuell vorbereitet. Wir waren punktuell vorbereitet, ja, das ist der rote Faden. Die Punkte sind der rote Faden, was? Was? Ja, es war wirklich nur eine Stippvisite. Genau. Aber dann ging es weiter ins eigentliche Urlaubsland für uns. Genau, wir sind richtig weit gefahren. Erste Etappe nach Schweden rein, hat richtig lange gedauert. Stunde? Noch nicht mal. Wir sind bis Trelleborg gefahren. Das ist im Prinzip über die Brücke in Malmö links. Rechts. Rechts. Wichtig, rechts ab. Einmal abbiegen und dann weißt du es nicht mehr. Und dann in Trelleborg gleich nochmal rechts. Also wenn das eine halbe Stunde gedauert hat, dann war das lange. Und auch hier ein Campingplatz, den wir vorgebucht haben, der keine Menschen da hatte vor Ort. Also noch nicht mal andere Gäste. Und die haben dann offensichtlich, also wir kamen halt nicht rein, weil die nämlich nicht so cool waren, uns eine korrekte Buchungsbestätigung zu schicken. Sondern wir haben dann erst auf Nachfrage telefonisch den Zugangscode bekommen. Also Jörn hat gebucht über Kreditkarte und online gebucht, was wir da eigentlich danach komplett so gemacht haben, außer einem Campingplatz, wo man nur Bar zahlen konnte. Das war ein bisschen witzig. Wie du die Spannung auch vorweg nimmst. Das wäre doch der geniale Twist gewesen. Nach zwei Drittel dieser Episode, die jetzt schon viel zu lang ist. Naja, jedenfalls. Ihr seht mich kopfschütteln. Also seht ihr nicht, aber ich schüttel den Kopf. Naja. Dramaturgie kann sein. Ja, kann ich schon. Kann ich schon. Auf jeden Fall mit Kreditkarte und online. Und ich habe gedacht so, ich glaube, wenn man so oldschool unterwegs ist, wie ich eigentlich, und denkt, ich kann einfach irgendwo hinfahren, sagen, hallo, hier bin ich, und ein paar Scheine auf den Tisch legen, so wie ich sonst so nicht leben kann. Ja. Komm. Hallo, hier bin ich. Kommt man auf schwedischen Campingplätzen nicht so weit, aber wenn ihr auch, wie die schwedischen Campingplatzbetreiber, keinen Bock auf Menschen habt, dann seid ihr im April in Schweden genau richtig. Komplett. Also die waren, die hatten so keinen Bock auf Menschen, dass sie noch nicht mal ihr Büro geöffnet hatten. Und wir konnten dann aber irgendwo anrufen und die haben gesagt, oh ja, ist irgendwie was schief gelaufen, ich schicke ihnen wie kurz per SMS oder irgendwas. Per SMS. Das war also Trelleborg, das war, ja, standen wir schön, schön idyllisch am Strand mit Big aufs Wasser, sind von dort aus nach Üstad gefahren. Ich glaube, Üstad, spricht man das ohne das D aus, oder? Hab's wieder vergessen. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls eine Stadt mit Y. Da wurde Wallander die Krimis gedreht worden. Spricht man so aus? Wallander. Wallander, muss man sagen. Das schwedische Dickinson, das was Kappeln fürs ZDF war, mit dem Landarzt, das ist Üstad für Wallander. Ich glaube, dass wir alles falsch aussprechen. Weil wir keine Schweden sind, vielleicht hängt es da irgendwie zusammen. Oh ja. Ja. Keiner von uns ist auch Krimi-Fan, deswegen war es eigentlich egal, aber war schön da. Zimtschnecke gegessen, top. Super leckere Sandwiches gegessen, und zwar direkt neben einer Subway-Filiale. Ist ein richtiger Sandwich-Laden. Ist ein richtiger Sandwich-Laden, mit einer wahnsinnig gut gelaunten Frau hinter der Theke, die sehr nett war, auch sehr vorbereitet war, denn wir standen da davor und haben auf das schwedische Menü geguckt und ich sagte dann auf Englisch, dass wir ein bisschen Hilfe bräuchten und sie sagte, ja, kein Problem, wir haben auch die Karte nochmal auf Englisch. Und dann haben wir uns da was ausgesucht und das dann draußen vor dem Lokal verzehrt und es war enorm lecker. Generell waren die Menschen da nett, also wenn welche da waren, waren die sehr nett. Die wenigen, die wir getroffen haben, waren nett. Das ist korrekt. Das waren, wir haben zwei Nächte in Trelleborg und dann sind wir weitergefahren nach Karlskrona aus Birdwatching-Gründen. Karlskrona ist eine Stadt, die besteht aus 1650 Inseln und Inselchen, heißt es im Fremdenführer und auf einer dieser Inseln ist ein Campingplatz. Da ist wenig anderes drauf. Nee, eigentlich besteht die ganze Insel aus dem Campingplatz. Das ist wenig. Das war auch noch Parkplatz. Aber nichts anderes. Bäume auch. Ja, okay. Das war das erste Mal, dass wir… Niemand war Klugscheißer. Fast niemand. Sven kennt einen, der Klugscheißer mag. Jedenfalls war das der erste Campingplatz mit Menschenkontakt an der Rezeption. Das war aufregend. Ich fand es schön dort, also generell war das schön und da ist so eine kleine Siedlung mit diesen roten schwedischen Häusern, die einfach… Es ist wie das Postkartenmotiv schlechthin und es ist so süß. Ich finde, man ist erst in Schweden, wenn man einfach viele von diesen roten Schwedenhäusern gesehen hat. Und bei der Gelegenheit ist dir, glaube ich, aufgefallen, dass Schwedenhäuser in Schweden einfach nur Häuser heißen. Häuser sind. Ja. Das sind nur Häuser. Völlig irre. Klar. In Karlskrona war dann auch noch etwas… Da stellt sich auch die Frage, ob es in anderen Ländern auch deutsche Häuser gibt. Etwas, was hier einfach nur Häuser ist, so hässliche Betonklötze oder so. Mit Schottergarten. Ernsthaft, ne? Wenn jemand von euch einen Schottergarten hat, braucht ihr unseren Podcast gar nicht mehr weiterhören. Ist schon unten durch. Unseren Podcast. Wir können keine Freunde werden. Was die ersten drei Tage unseres Urlaubs ausgezeichnet hat und was auch zum Punkt punktuelle Vorbereitung zählt, die Quest nach der Toilettenchemie. Mir ist nämlich aufgefallen, dass, also in Kopenhagen ist uns schon aufgefallen, dass die Flasche mit dem Zeug, das man in den Spülkasten reintut, damit es da nicht schimmelt, die war zugegammelt. Was ein schlechtes Zeichen ist. Denkst du, sie ist zugegammelt gewesen? Ja, klar. Was heißt ja klar, sie haben die halt nicht aufbekommen. Naja. Wie gammelt denn etwas zu? Oh, setzt sich irgendwas fest, trocknet ein, keine Ahnung. Aber so doll, wie wir das nicht aufbekommen haben? Gerade dann. Du meinst, da ist so ein lebendiger Pilz, der das mit aller Kraft von innen festhält, mit Händen. Wie sonst? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht waren wir zu blöd einfach. Genau, das fehlte also. Genau. Und diese Chemie, die man in die Toilette selber reinmacht, damit das weniger stinkt. Ja, und witzigerweise, also in Kopenhagen hatten wir keine Zeit danach zu gucken und die ersten beiden Stationen in Schweden, da gab es das einfach nicht. Und in Karlskrona bin ich dann in einen Laden geraten, da musste ich zweimal reingehen, bis ich dann endlich das gefunden habe. Also, das war aufregend. Ich weiß im Nachhinein gar nicht, warum ich das aufgerüben habe. Da frage ich mich die ganze Zeit schon. Und Karlskrona war auch richtig schön, als Stadt so. Ja, das war ganz nett. Da werden so Holzpferde gekauft, diese kleinen roten Holzpferde. Echt schwedisch. Also da, wo wir die gekauft haben, die sehr freundliche Verkäufer. Dieses really, ich kann keinen schwedischen Akzent, wenn ich Englisch rede, ich lasse es lieber. Aber sie sagt, diese sind wirklich in Schweden hergestellt. Sie kriegen auch woanders welche. Die sind made in China, aber hier ist es wirklich made in Sweden. War sie ganz stolz. Zu Recht. Und wir sind auch sonst noch, vom Campingplatz gab es eine Karte für einen Stadtrundgang durch Karlskrona. Und den haben wir gemacht. Ja, sind wir da so rumgelaufen. War schön. Am Hafen längs. Das Marienmuseum von außen geguckt. Von außen, das war auch ein Haus. Gab es wohl mehrere, habe ich gesehen. Ja, so ein Glockenturm, irgendwas haben wir angeguckt. Genau. Marktplätze, Kirchen, das volle Programm. Alles dabei. Bevor wir dann weitergefahren sind nach Hoffmantorp. Hoffmantorp? Ja, wie auch immer man das ausspricht. Hoffmantorp. Entschuldigung. Auf dem Weg dahin haben wir kurz eine Stunde Pause gemacht auf dem Parkplatz eines Elchparks. Also ich. Ja, das war ein schöner Parkplatz. Und das Gastini und ich waren im Elchpark. Ja, wie war es denn im Elchpark? Das war ganz nett. Und der Shop war sehr cool. Ja, ja. Ich dachte, dass es ein bisschen ein größeres Areal sein würde, wo man sehr lange so ein bisschen rumwandert und dann mal einen Elch sieht. Es war tatsächlich ein Tierpark. Also wir sind ein Wildgehege, was relativ klein war. Also ich fand, die Elche waren gechillt. Die sahen jetzt nicht total unglücklich aus. Das war auch ein schönes Gelände mit vielen Bäumen und so ein bisschen Sumpfbereich und allmöglichen. Ja, aber es war halt wie so ein Wildgehege. Wie war man jetzt nach Reisdorf fährt und da die Rehe sich anguckt oder so. Ja. Aber war sehr schön. Manche Elche waren so ein bisschen zickig. Manche Familien konnten ihren Kindern auch nicht erklären, dass das echte Lebewesen sind, weil der eine Elch hat so mit dem Ruf dann gegen den Zaun gehauen und das Kind so, die Elche ist böse. Hat voll geheult. Dummes Kind. Waren Deutsche natürlich. Ansonsten waren generell sehr wenig Menschen da, wie überall. Sehr angenehm. Und die Elche waren echt süß. Manche waren richtig verschmust. Also sie sind echt zu einem gekommen und haben sich kraulen lassen. Das war süß. Ja. Und dann haben wir noch Sachen im Shop gekauft. Plüschelch. Und das war auch sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit einen Käsetoast zubereitet. Oh, willst du von dem Käsetoasting erzählen? Ach, wow. Das hat mir nämlich Stefan zum Gepotstag geschenkt, als Jörn Schaas bei einer Podcast älter geworden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich denn angefangen mit dem Mist hier? 14? 2014? Neun Jahre mag ich das? Kann nicht sein. Egal. Jedenfalls hat er mir das geschenkt und das ist ein Dings, das man aufklappen kann. Dann quasi zwei kleine Pfannen mit so einem Scharnier und da kann man eine Scheibe Toast reintun. Butter, Käse, Toast, Butter. Dann zuklappen auf die Gasflamme und ein paar Minuten später hat man Käsetoast. Sehr lecker. Das hat tatsächlich, dieses Ding hat einen neuen Lebensmittelstandard bei uns im Wohnwagen etabliert. Das ist also snackmäßig Käsetoast ist gesetzt. Und das haben wir soweit perfektioniert, dass wir jetzt dann am Schluss irgendwie, ja im Prinzip eine komplette Packung Toast und eine Menge Käse durchgeballert haben für eine kleine Snack-Mahlzeit. Das war schön. Ja, das habe ich gemacht. Dann Mittagsschlaf, bis die Damen wiederkamen. Und dann sind wir weitergefahren nach Hofmantaub auf den Campingplatz. Auch hier wieder Menschenkontakt. Völlig verrückt. Und wir standen ausgesprochen idyllisch an einem See. Das war, das sah einfach schön aus. Ja. Wir waren auch da fast die einzigen. Am ersten Abend war uns gegenüber noch ein Wohnmobil. Wir sind am nächsten Morgen abgereist und sonst halt Dauercamper. Ja, zwei, drei Dauercamper. Also feste eingebaute Wohnwagen. Alle nicht da. Alles noch sehr im Winterschlaf, auch die Anlage an sich. Also man konnte, die hatten so ein paar Außenwasserhähne und so, die waren alle noch abgeschraubt. Ja. Konnte man nicht benutzen. Aber war auch in Ordnung. Und dann sind wir von da aus noch aufgebrochen zu einem Tagesausflug nach Öland. Öland ist eine Insel an der Westküste von Schweden. Nein. Ostküste. Wieso tue ich mich so schwer mit Himmelsrichtung in letzter Zeit? Mache ich zu viel Kopfstand? Rede einfach weiter, Jan. Ja, sie ist 137 Kilometer lang und 16 Kilometer breit an der breitesten Stelle. Und das ist ein Paradies für Birdwatcher. Und mit unserem Gastini haben wir uns ja eine Birdwatcherin ins Haus geholt. Eingetreten. Und entsprechend sind wir also über die Insel gefahren und haben geguckt, wo wir Vögel sehen. Und es waren viele. Sie nickt. Also wir hatten vorher eine Liste uns zusammengesucht, wo 20 Spots drin markiert waren für Leute, die gerne Vögel angucken. Und drei davon sind wir abgefahren. Und das war alles ganz aufregend. Wir sind da rumgelaufen und haben eine Menge Vögel beobachtet, die alle sehr federig und flatterig waren. Okay, weiter. Jo, und dann wolltest du ja dringend nach Peby Lounge. Ich wollte gerne in Astrid Lindgrenland. Und da sind wir nach Smolland gefahren. Und das war so schön. Das war der schönste Campingplatz, der hieß... Marianne Lund? Nein, der Campingplatz. Ach, der Campingplatz, der hieß Bill Hammers Camping. War direkt neben dem Filmbühnen, also dem Dorf, voller Filmkulissen, wo es auch so eine Art Themenpark gibt. Das war aber noch zu. Also eigentlich alle normalen, was heißt normalen, solche Ausstellungen und so, Erlebnissachen, war alles zu. Weil Schweden wirklich noch im Winterschlaf ist. Aber wir waren eben auf diesem Campingplatz komplett die Einzigen. Es war so schön, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das Gastini hat im See gebadet. Puh, mir wäre es noch zu kalt gewesen. Wir haben ja direkt auf den See geguckt auch wieder. Und es war so, so schön. Und dann sind wir rumgefahren, haben einfach Orte angeguckt. Wir waren in Bullerbü und in Lenneberger. Ja. Einfach so. Und in Wimmerbü vor der quasi original Villa Kunterbund, also dem Elternhaus von Astrid Lindgren. Aber auch da, die Ausstellung war halt zu. Und da waren wir in Kathuld, wo auch, also wo Michael, der kommt und auch das gedreht wurde. Und das war so schön. Und da kann man halt einfach rumlaufen. Also eigentlich ein Bauernhof, der auch bewirtschaftet wird. Der seit 1898 im Familienbesitz ist. Und da wurde halt Anfang der 70er, wurden dort die Michel-Filme gedreht. Also zumindest die Außenaufnahmen. Sind da mal rübergelaufen, haben uns alles angeguckt. Den Schuppen und das Klo, wo Michel seinen Papa eingesperrt hat. Und das Haupthaus von außen. Und von Alfred das Haus. Die ganzen Reise, also wie man das halt kennt, das sind Filme oder Serie. Und dann stand im Internet, dass es nur nicht so ganz offen ist. Weil im Sommer auch im Schuppen kann man dann auch so Holzfiguren kaufen und so. Und da gibt es eine richtige Kasse, einen richtigen Eintritt im Sommer. Ich weiß nicht mehr wie viel. 60 Kronen für Erwachsene, Kinder weiß ich nicht mehr. Und dann stand da beim Internet schon vorher, dass es jetzt im Winter 20 Kronen kostet pro Person. Und das sind schwedische Kronen, heißt das knapp zwei Euro. Und dann war da so ein Kassenhäuschen. Aber da war einfach gar keiner, sondern so eine Vertrauenskasse. Und man konnte nicht mit Kreditkarte da bezahlen, wie überall. Sondern da auf einmal, Smallland war auch übrigens der Campingplatz, wo wir. Stimmt. Nur mit Bargeld bezahlen konnten, wäre man fast überall anders in Schweden. Gar nicht mit Bargeld. Nur mit Kreditkarte bezahlen konnte. Oder dieser App Swish. Ja. Smallland auf einmal Bargeldland quasi. Ja, auch da hätte man mit Swish bezahlen können. Mit Swish, ja. Ja, also in Kathuld, ja. Ja. Aber auf dem Campingplatz, ja. Das stimmt, ja. Und dann hatten wir halt eh schon Geld abgehoben. Aber als wir in Kathuld waren, hatten wir dann nur so ganz große Scheine. Und wollten dann nicht irgendwie 50 Euro reinschmeißen statt 6 Euro. Und dann sind wir da einfach trotzdem rumgelaufen. Und dann habe ich noch am nächsten Tag Geld gewechselt und bin dann nochmal hingefahren. Nur um da nochmal Geld reinzuschmeißen. Weil es ist ja Vertrauenskasse. Wir wollen ja nicht das Vertrauen, was wir brauchen. Ja. Und als ich nochmal hingefahren bin, war ich einfach wirklich alleine da. Einfach ganz alleine. In Kathuld. Das war so schön. Ich habe auch eine Zimtschnecke gegessen. Ich habe Picknick gemacht. Das war schön. Das war richtig gut. Das war wirklich richtig gut. Da haben wir auch nochmal verlängert. Da sind wir zwei Nächte geblieben. Ja, wir wollten eigentlich eine Nacht da bleiben. Wir fuhren auf den Campingplatz. Und du meintest schon, du hast Virginia und mein Gesicht gesehen und hast schon gewusst, dass wir da länger bleiben müssen. Das muss man sich das so vorstellen. Man kommt da rauf und dann fährt man auf so eine Art Plateau. Und von da aus, wo wir standen, hatte man dann so einen tollen Blick auf den See und eine Badestelle. Und die beiden sind halt, wir hatten noch nicht richtig aufgebaut. Da waren die zwei schon verschwunden. Schaukeln. Schaukeln, baden, das volle Programm. Ich war noch mit Wasserholen beschäftigt und dachte mir, naja, ich glaube, wir werden dann morgen nicht auschecken, sondern nochmal eine Nacht verlängern. Und wenige Stunden später kam da die vorsichtige Frage, wollen wir nicht noch eine Nacht bleiben? Weil es so schön ist. Das war wirklich schön. Und war ja auch wirklich schön. Und wir sind dann ja sogar, also ich möchte fast sagen, gewandert. Auch noch. Spazieren gegangen zu so einem Stein. Ja. Durch so einen Wald. Ein buchstäblich über Stock und Stein. Mit beide 5% Akku auf dem Handy. Das war punktuell vorbereitet. Ist das Stichwort dieses Überlaubs. Wir hatten also nur eine grobe Idee, wo es zu diesem Stein geht. Also das ist ein Stein, der ist riesig, größer als unser Wohnwagen. Und den hat die letzte Eiszeit auf einem anderen Felsen liegen lassen. So steht es in diesem Reisebericht. Ich denke halt, wie die Eiszeit so weitergelaufen ist. Und dann dachte ich, verdammt. Ich habe ja immer noch diesen Stein dabei. Nee, weil sie hat ihn ja liegen lassen da. Oh nein, denkt sich die Eiszeit so. Ach, der Stein. Gehe ich jetzt nochmal zurück? Na ach, nee, komm. Ich kaufe mir einen neuen. Lass gut sein. Wir haben uns auch sehr über das Bargeld gefreut. Also Eugenia und ich haben uns sehr über das Bargeld gefreut. Weil wir so große Astrid Lindgren-Fans sind. Und auf den 20-Kronen-Schein ist natürlich Astrid Lindgren drauf. Und Pipi. Ja. Ja. Aber inhaltlich gerade noch bei dem Stein. Wurde hier das gerade zugespielt von der Seite. Regieanweisung. Ja, also die Eiszeit und der Stein. Und diesen Riesenstein wollten wir halt sehen. Weil in der Broschüre vom Campingplatz drin stand, mit mehreren Leuten könnte man den zum Wackeln bringen. Deswegen wollten wir den sehen? Ja. Also du, okay. Und ich halte das für stark übertrieben. Denn der war riesig und tonnenschwer. Noch schwerer als ich. Und da war überhaupt nichts zu machen. Und punktuelle Vorbereitung in dem Zusammenhang. Wir hatten eine grobe Idee, wo es sein sollte. Aber dann doch nicht so genau. Und mussten uns dann, oder haben uns ein wenig auf, ein bisschen zu doll auf Google Maps verlassen. Bei dieser kleinen Wanderung. Und stand dann auf einmal mitten im Wald und waren uns sicher, nee, hier ist der bestimmt nicht. Nee, also wir dachten schon, dass der da ist. Wir haben den ja auch gefunden. Aber wir mussten ganz schön durchs Dickicht. Und haben dann, als wir beim Stein waren, gesehen, dass da direkt ein Weg dahin führt. Und wir sind quasi zehn Meter vor diesem Weg abgebogen. Wir hätten einfach vorher von dem anderen Weg zehn Meter weiter gehen müssen. Und ja, nun sagte Google Maps an der Stelle, bitte gehen Sie hier rechts und dann in 50 Metern links in den Wald. Da war auch ein Weg. Und da mussten wir dann ein bisschen rumklettern. Und das war alles ganz aufregend. Das war ein Abenteuer. Ja, dann standen wir auch noch fast innerhalb eines Ameisenhügels. Das war auch noch ganz aufregend. Ja. Überall waren Ameisen. Spannend war es auf jeden Fall. Klingt jetzt sehr unspektakulier. Aber man muss dabei gewesen sein. Man muss da gewesen sein. Wir sind durch den Wald gelaufen. Haben Steine gesehen. Oh Gott, das ist die langweiligste Geschichte. Weißt du, wie ich eben gerade noch erzählt habe, dass ich in Katholid war? Ich meine Katholid. Dann sind wir weitergefahren. Und der nächste Campingplatz, auf den wir dann gekommen sind, war bei Helsingborg. Das war schon an der Westküste. Da war die Rundreise schon fast wieder beendet. Also schon in der Nähe von Malmö. Das war der erste Platz seit Kopenhagen, der ziemlich voll war. Jörn war auch direkt genervt. Weil wegen Menschen. Echt mal. Erstmal hatten wir grundsätzlich schon mal, dass wir Nachbarn hatten. Es war ungewohnt. Und dann waren die auch noch laut. Ich glaube schon, dass dieses Ganze, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, wenn ihr mal wirklich keinen Bock auf Menschen habt, fahrt einfach nach Schweden im April. Auch mit Katholid, mit Smallland, mit dem Campingplatz. Der ist bestimmt auch im Sommer schön. Aber ich finde, an so Orten, die für sich, quasi für sich zu haben, hat schon so eine eigene Magie. Ja, voll. Das ist schon faszinierend und ich staune da einfach drüber und habe das ja auch fast jeden Tag angemerkt, dass es ist ja so schön da gewesen. Es war auch nicht super kalt und es gibt auch Bundesländer, in denen noch Ferien sind. Also wir sind ja auch in Schulferien da. Ich weiß nicht, warum da nichts los war. Aber ja, umso besser für uns. Umso besser für uns. Das war wirklich so schön, das alles so für sich zu haben, irgendwie magisch. Das war auch der erste Abend, eigentlich der komplette Inhalt unserer Gespräche, dass wir uns ständig gegenseitig erzählt haben, wie schön das da ist. Auch unterwegs immer so, okay, schon schön hier, guck mal, auch noch ein See. Noch ein See, das ist schon schön. Ja, aber genau, dann kamen wir eben nach Helsingborg und der Platz war voll, vor allem mit Schweden, aber wenig Deutsche. Vor allem Schweden waren da, warum auch immer, die da ausgerechnet waren. Der eine Nachbar neben uns, der hatte die Musik sehr laut, als er sein Vorzelt aufgebaut hat. Der hatte immerhin einen ordentlichen Musikgeschmack, sehr viel Queen gehört, aber sehr, sehr laut eben. Dann hatten wir das gerade einigermaßen akzeptiert, als neben uns jemand ankam, der irgendwie gefühlt viel zu nah an uns dran parkte. Der hat das natürlich alles richtig gemacht, aber der war trotzdem, fühlte sich das viel zu nah an. Ja, nein. Menschen. Ja. Wir haben von da aus einen Tagesausflug gemacht, einmal nach oder zum Kulaberg. Ist das der Berg, ist das der Kulaberg oder ist das der Ort? In den Nationalpark Kulaberg. Oh, elegant. Das war sehr schön auch. Da war schon wieder mit Wandern. Ja, Spazierengehen. Naja, komm, also wir sind schon, also wir waren vier Stunden unterwegs. Ich bin früher zum Parkplatz gegangen, weil der Hund erschaffen war natürlich. Ich hätte noch ewig laufen können. Ich meine Kondition ist ja... Naja. Der Hund war müde, Entschuldigung. Also die Runde hat für uns knapp vier Stunden gedauert. Es ging buchstäblich über Stock und Stein schon wieder, also diesmal aber auch geplant. Wir sind ja auf dem Weg geblieben, der markiert war und da musste man doch ganz schön klettern an einigen Stellen. Also dein Camping-Podcast-Kollege Marco würde dich schon, glaube ich, auslachen dafür, dass... Das darf der gerne machen. Er findet das ja gut. Er hat da ja Bock drauf. Auf Wandern. Ja. So ein Bild auf der Suche nach Nüssen durch den Wald stolpern. Das ist ja sein Ding. Wir sind halt mehr so Spaziergeher. Ja, oder auch mehr so Sitzer. Ich sitze ja auch gerne. Oh Jan, keiner kann einfach so niedlich wie du sagen, dass er einfach richtig faul ist. Ne, so spazieren gehen ist schon schön. Ja. Ja, Jan, so spazieren gehen ein bisschen. Ja, du sitzt wirklich sehr gerne. So, bitteschön. Ja, ein bisschen faul. Nichtsdestotrotz war es da auch schön in diesem Nationalpark. Wir haben wirklich das, also diese Kletterei und dieses Gewandere wurde belohnt mit einigen ganz tollen Aussichten und Panoramen. Ja, also das ganze Ding ist quasi wie so eine, nicht Halbinsel, aber wie heißt denn das, wenn das so uns mehr so ein bisschen reinragt? Halbinsel. Das ist ja schon eine Halbinsel. Ja, ja. Und im Küllerberg vorne ist sozusagen die Spitze davon und da sind halt sehr coole so, ja, so Felsformationen oder so, ja, Felsen halt, das sieht einfach ganz schön aus. Das stimmt. Wir haben da gar nicht so viele Fotos gemacht, ne? Ja, schon ein paar, aber die sind dann ja immer nicht ganz so aussagekräftig, wie man das sieht. Nee, man kriegt das auch nicht so aus. Schon mit dem Handy schon gleich dreimal nicht. Ja. Und am nächsten Tag haben wir dann nach der ganzen Natur. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder einen Ausflug in eine Stadt gemacht und das war zauberhaft und schön und toll, nämlich Lund. Lund. War sehr schön gewesen. Studentenstadt einfach und das hat man so doll gemerkt. Ja. War irgendwie, es war mittlerweile dann auch warm geworden, als wir losfuhren. Also wir haben alle vier Jahreszeiten quasi mitgemacht in diesem Urlaub, fast. Als wir losfuhren, brauchten wir noch jede Nacht die Heizung im Wohnwagen und als wir in Lund ankamen, war richtig mindestens mal Frühling, wenn nicht sogar Sommergefühl. Und alle Studis da irgendwie draußen im Park und leben auf den Straßen. Wir haben ein nettes kleines Lokal gefunden im Vorbeigehen. Und die hatten eine großartige Liste von Hausregeln draußen angeschlagen, nämlich hauptsächlich mit verteilten Rollen ein Log vorlesen. Das ist immer schön. So, no drama ist die Version. Also, Swedish Express House Rules. No drama. One. If you are crazy, stay out. Two. If you plan on asking us for a discount, refer to rule number one. Three. Please. Three. Please do not fart inside store. Number four. If you have a shitty attitude, recharge more. Thank you and have a nice day. Order online www.swedishexpress.nu Donnerwetter. Warum denn NU? Müssen wir das noch? Er greift nach seinem Handy und ich ziehe es weg. Ja, alles wie immer. Sollen wir das noch übersetzen? Vielleicht hören das Leute, die kein Englisch können? Nur zu. Das war eine Frage. Ja. Okay. Swedish Express. Hausregeln. Kein Drama. Nummer eins. Wenn du verrückt bist, dann bleib draußen. Wenn du vor hast, uns nach einer Ermäßigung zu fragen, halt dich an Regel eins. Bitte nicht im Laden pupsen. Nicht pupsen. Ich stelle mir vor, du bist im Laden und du merkst so, nein, du musst pupsen und dann rennst du einfach schnell raus. Darfst du ja nicht. Ja, du rennst dann raus. Ja, da darfst du ja nicht drin. Vor allem, ach so, Nummer vier, wenn du eine nächste tolle. Einstellung. Einstellung, ja, aber Haltung auch. Also es geht ja auch, also es geht ja darum, wie man mit den Leuten umgeht. Da habe ich sofort einen Ohrwurm bei dem. Ich weiß. Da, 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 da. Dann wird es teurer. Wenn du kacke bist, wird es teurer einfach. Danke, hab einen schönen Tag. Ja, schüttel. Das waren auf jeden Fall die Hausregeln von Swedish Express. Ja, da haben wir gegessen, also einige von uns. Es gab schwedische Hausmannskost, in meinem Fall vegetarische Frikadellen mit Röstkartoffeln, mit Preißelbeeren und Erbsen dazu. Das war sehr lecker. Da haben wir schön in einem Park gesessen, in der Nähe. In einem Park? Na ja. Auf einem Platz. Jörn, das war ein Platz. Da waren Blumen, Decken und Bänke. Ja, das war ein Platz. Es war irgendwas, wo man sitzen konnte. Eugenia nickt, dass es war ein Platz vor einem Hotel. Ist mir egal. Du bist faktenresistent. Meine Meinung steht fest, verwirre mich nicht mit Tatsachen. Und was wir auch gefunden haben, waren nicht nur famos leckere Zimtschnecken, sondern auch diese Pralinen. Es gibt eine Markthalle in Lund und in der Markthalle unter anderem, also viele sehr interessant aussehende Läden, die wahrscheinlich auch alle leckere Sachen haben. Aber eine davon hatte so, ja, Pralinen. Also so wie Arco, aber in richtig geil. Ja. Ja. Fotos in den Shownotes, die Dinger sehen unheimlich gut aus. Und schmecken auch so. Und schmecken mindestens so gut. Unser Plan ist jetzt zweimal im Jahr nach Schweden zu fahren, um Pralinen zu kaufen. Auf der Rückfahrt sind wir dann am nächsten Tag, war das der nächste Tag? Ja, wir sind ja, also dann haben wir noch eine Nacht da geschlafen, abgebaut und sind dann Richtung Hause. Ja, und dann sind wir nochmal über Malmö gefahren oder nach Malmö nochmal kurz rein, weil das dort auch eine Filiale davon gibt. Und ja, sehr lecker. Aber auch ein bisschen teuer. Also von diesen fancy Pralinen kostet halt so eine ungefähr zwei Euro. Sind die aber auch auf jeden Fall wert. Also das wollen wir ehrlich sagen. Die sind fantastisch. Also so fantastisch, dass wir kurze Zeit wirklich drüber nachgedacht haben, zweimal im Jahr nach Malmö zu fahren. Ich meinte das auch ernst. Ach so. Ja, ja, ich auch. Was heißt, ich meinte das wirklich ernst. Ich würde da, zu 100 Prozent würde ich da hinfahren, um Pralinen zu kaufen. Ja. Sechs Stunden Fahrt, 90 Euro für die Brücke. Kein Problem. Ich kaufe zwei Pralinen. Und fahre wieder zurück. Kostet die Brücke 90 Euro? Ja, irgendwie. Fahr einmal rüber? Keine Ahnung. Ist teuer, ne? Wir sind ja alles über die Brücke gefahren, weil es mit dem Hund einfacher und so weiter. Das ist teuer, ne? Die Brücke. Ja, sie wäre ja noch teurer geworden, wenn wir nicht diesen Brückenpass-Dings da, dieses Guck mal, jetzt haben wir den. Das heißt, wir müssen dieses Jahr, wollen wir ja eh, dürfen wir das schon verraten. Denn wir haben gesagt, wir haben schon einen Brückenpass. In Skandinavien ist schön. Im Herbst sind wir im Ferienhaus in Dänemark. Wenn ich da auf meiner neuen Stelle dann auch Urlaub bekomme in der Woche. dachten wir auch. Ich fahre da auch alleine hin. Ich habe das bezahlt. Was? Das ist voll, komplett bezahlt. Ich fahre da hin. Oh. Ist dir egal, was ich mache? Na, du wirst dann wahrscheinlich arbeiten. Gibt kein... Wir haben keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein valider Grund wäre. Soll ich nochmal nachverhandeln an Reiserück? Ich komme nur, wenn ich... Ja, das wird schon klappen. Habe ich mal so nebenbei gerade gedroppt, dass wir im Sommer umziehen? Ja. Clever. Übrigens ein sehr guter Zeitpunkt, der Gemeinde mitzuteilen, dass man geht, also dass man sie verlässt, ist kurz vorm Urlaub. Ja. Ich habe es nämlich kurz vorm Urlaub bei Facebook gepostet und habe heute gehört, dass hier wohl schon, dass jetzt so weit rum ist, dass es für alle schon eine gesetzte Information ist und ich glaube, die Bombe platzen zu lassen und dann erst mal zwei Wochen weg zu sein war. Das ist gar keine so beschissene Kommunikationsidee. Kommunikation kann ich. Ja. Machen auch viele Pressestellen übrigens. Du kriegst eine Presse, eine Pressemitteilung mit der... Ohne Scheiß. Es kommt so oft so, dass Freitags nachmittags um 14 Uhr kommt eine Pressemitteilung. Ein knaller Thema und dann sind irgendwelche Nachfragen offen. Und dann rufst du dann nochmal an und da geht keine Sau ans Telefon bis zum Rest des Tages. Ja. Also, alles richtig gemacht. So, um mal diese Urlaubssache abzuschließen. Wir sind dann weitergefahren von Malmö über die Brücke zurück nach Dalby. Das ist in... Norwegen, Entschuldigung. Der Satz war nicht fertig. Im Sommer wollen wir dann nach Norwegen. So. Eckige Klammer zu, runde Klammer zu, eckige Klammer zu, runde Klammer zu. Geschweifte Klammer zu. Ja, genau. Die ganzen Klammern sind dann jetzt. Ich glaube. Mit ein bisschen Glück. Es ist eine halbe Riese-Bü-Klammer offen, aber... Gut. Dalby, das ist an der Nordspitze von Fühnen. Und da haben wir noch eine Nacht auf dem Campingplatz gemacht, auf besonderen Wunsch einer einzelnen Mitreisenden. Ne, ne, das klingt jetzt fies auf besonderen Wunsch. Und wir haben gesagt, irgendwo hier wollen wir auf einen Campingplatz. Und dann haben wir Eugenia gezwungen, auf irgendeinen Campingplatz zu tippen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, der hier. So. Also nicht so, dass sie, oh, ich will da unbedingt hin oder so. Ja, ne, war schön. Der Platz war gut. Wir haben da aber nicht viel gemacht. Es gab Ponys. Ich habe Ponys gestreichelt. Ja. Und du warst voller Tatendrang und wolltest Dinge tun. Und wir waren aber viel zu müde und haben nur geschlafen. Richtig Schlaffis. Ja. Bevor wir dann heute nach Hause gefahren sind. Und das waren zwei Wochen Urlaub im Schweinsgraub. Kann ich noch da bleiben? Wir haben erst die Hälfte der Themen ungefähr durch. Ach so. Hier steht weitere Themen. Ach so, ja. Adieu. Ja. Darüber hinaus, über diesen Urlaub, es sind ja noch andere Sachen passiert. Zum Beispiel habe ich den einen oder anderen Podcast gehört. Unter anderem die lang herbei befürchtete Scheiblettenfolge vom Käsekeller-Podcast. Wieso Scheiblettenfolge? Weil sie im Käsekeller immer gesagt haben, wenn sie irgendwann soweit sind, dass sie den Scheiblettenkäse besprechen, dann machen sie Schluss mit dem Podcast. Und dann war diese Folge. Haben sie wirklich Scheibletten besprochen? Ja, und sie haben es wirklich toll gemacht. Also sie haben sich, sie saßen zusammen und haben Käse besprochen, so wie immer und haben den beschrieben und gemacht und getan. Und was könnte man damit machen? Ja, ach, zum Überbacken wäre der toll und dies und das und schmeckt irgendwie neutral. Und dann haben sie irgendwann, kam dann raus, dass es Scheiblettenkäse ist. Das war wirklich, also einerseits eine sehr schöne, schön gemachte Folge von diesem Podcast und andererseits natürlich wahnsinnig traurig, weil das jetzt halt auch dann knapp sechs Jahre waren. Die haben sechs Jahre lang über Käse gepodcastet. Und das haben sie, genau in diesem Tonfall haben sie das auch mehrfach. Ja, die haben. Ich kenne nicht mal sechs verschiedene Käses. Ja, und die haben jeden Monat zwei davon verkostet. Ja, und das war sehr schön und habe ich gerne gehört und schade, dass es vorbei ist. Und dann gab es endlich mal wieder eine neue Folge vom Ohrensessel Podcast. Ohrensessel? Ja, nach fast anderthalb Jahren haben die sich mal wieder gemeldet und haben über Reply All gesprochen, ein amerikanisches Storytelling-Format. Ich würde total gerne eigentlich überlegen, weil ich kenne den Podcast natürlich nicht, ich höre keinen Podcast, was Ohrensessel so sein könnte. Also ein Ohrensessel, also warum der Podcast auch so heißt. Ein Ohrensessel ist ja eigentlich so ein Sessel, der hier so ein, ich mache Bewegungen mit meiner Hand, so kreisförmige Bewegungen links und rechts, der so einen großen, so eine Lehne mit so ein bisschen Rundung und so hat. Aber offensichtlich geht es ja irgendwie um das Hören, das ist ja ein Podcast. Also sollte es ein Podcast sein, bei dem man sich im Sessel zurücklehnt und seine Ohren benutzt? Oder sitzen sie in Sesseln beim Podcasten? Oder ist es doch ein Podcast über Möbelstück? Ja, genau. Deswegen haben sie über einen amerikanischen Storytelling-Podcast gesprochen. Ich habe absichtlich eben noch nicht zugehört, weil ich mir noch alle Optionen offenhalten wollte. Wird es irgendwann mal ergründet in dem Podcast, warum der Ohrensessel? Ja, in Folge 1. Das macht Sinn. Und was ist noch? Naja, es ist halt ein Podcast über Podcasts. Die beiden. Oh, wie innovativ, wer macht denn sowas heute noch, Jörn? Weniger, als man denkt. Wirklich? Ja, das ist im Augenblick das einzige aktive Podcast über Podcasting. Du meinst neben dem Hot-Journal von Jörn Schaar? Hot-Journal, da geht es ja um Podcasting an sich. Aber halt so sich mit einem bestimmten Podcast auseinanderzusetzen, das machen nur die. Audiophil gibt es auch nicht mehr. Nee. Nee. Schwierig. Warte, keine Zeit mehr. Und ja, auch leider nicht mehr den Sendegarten. Sendegarten auch nicht mehr. Deswegen. Deswegen. Es ist umso schöner, dass es. Hört bitte alle den Ohrensessel. Es ist ein toller Podcast über Podcast. Ihr könnt euch dabei gemütlich in eurem Sessel zurücklehnen und eure Ohren spitzen. Ja. Die beiden, also Carina und Sandro, sind große Fans von Reply All und das hört man auch. Das sagen sie mehrfach. Also richtig doll. Oft. In den ersten 25 Minuten. So doll oft, dass es mich langsam anfing zu nerven. Und ich kurz davor war die Episode zu skippen, obwohl sie so schön war, weil super vorbereitet, also inhaltlich sehr, sehr tief, wahnsinnig liebevoll produziert. Und trotzdem war es mir halt einfach viel zu viel Fanboy und Girltum. Und dann ging es aber, kam sie irgendwann endlich an den Punkt, wo Reply All zu Ende war oder zum Ende hinging. Und warum es dazu kam und was dazu führte und was daraus folgte. Und dann wurde es wieder dieses Format, was ich so mag an dem Ohrensessel, dass sie einordnen, dass sie erklären. Und das ist dann so ein, ja, so dieser gewohnte Rezensions-Podcast, den ich so toll fand. Ich habe dann tatsächlich mal nachgefragt. Allein die Produktion, Schnitt und so weiter hat 30 Stunden gedauert, sagt Sandro. Das war, hört man auch. Und das Ding ist im Wesentlichen eine Liebeserklärung. Nicht nur an Reply All, sondern an Podcasting insgesamt. Okay, als nächster Punkt auf deiner Liste steht, hab neu, nur süg, nicht geschafft. Es gibt offensichtlich eine neue Folge vom Hai Alarm Podcast. Das ist richtig. Und in dem sprechen Jörn und Benni wieder über ein oder zwei Hai Filme. Ja, Claudio war auch dabei. Claudio, du bist der einzige. Was? Claudio. Ach so. Entschuldigung, das war sehr unqualifiziert. Wer ist Claudio? Ist das jemand mit diesem Kino oder so? Hattet ihr nicht mal so jemanden im Kino? Ja. Nee. Nee, der war das nicht. Ist das ein Fan von euch? Nee, Claudio ist A, ein Fan. B, ist er aber Schauspieler und Synchronsprecher. Nein. Ja. Wirklich? Ja. Das hast du dir gar nicht erzählt. Ja, doch, habe ich dir erzählt, als ich das Wochenende nach Hamburg gefahren bin, um das aufzunehmen. Du musst mir Bescheid sagen, wenn ich dir zuhöre. Ja, und wir haben also. Schauspieler und Synchronsprecher. Was hat der schon gesprochen? Er hat sich nicht so Manga-Sachen. Ah, deswegen habe ich das wieder vergessen. Nee, guter Typ. Wir hatten richtig Spaß. Claudio. Ach so, schreibt man so Claudio und dann Strich Y-U. Nein. Nein. Scheiße Gott. Nein. Das macht man nicht. Claudio, verstehe ich. Ich hasse dich. Bei der Wehe, du schneidest es raus. Ich hasse dich nicht. Das ist super witzig. Nee, eigentlich nicht. Also. Doch. Das war doch nicht witzig. Ich habe noch nie mal verstanden, dass das witzig sein sollte. Claudio. Egal. Könnt ihr bitte, wenn jemand von euch das auch witzig findet. Ja, nicht mir. Schreibt mir nicht. Ich will das nicht lesen. Aber schreibt Jörn einfach direkt, dass das witzig war. Schreibt ihm bitte hier, Chasen, deine Frau ist super witzig. In erster Linie dieser Claudio-Joke. Ihr merkt schon, Gesche könnte einen Campingplatz in Kopenhagen in einem ehemaligen Vorur betreiben. Weil ich keinen Bock auf meinen. Meldet euch nicht bei mir, sondern schreibt direkt meinem Mann. Ich mag Menschen. Ja. Meistens, manchmal, gelegentlich. Doch, doch, oft. Immer mal wieder. Punktuell. Ja. Genau. Es gab eine Folge neu vom High Alarm Podcast. Am 20. kam die raus. Die ist bestimmt spannend. Super witzig geworden. Nord-Süd-Gefälle haben wir diesmal nicht geschafft. Das war schade. Und wenn ihr noch Bock habt, mir eine kleine Jubiläumsnachricht zu schicken. Demnächst erscheint Jörn Schaas von der Podcast in der Episode 400. Dann könnt ihr noch schreiben an omg400. at jörnschar.de Nicht wirklich. Doch. Oh mein Gott. 400. jörnschar.de Ist die I-Mail-Adresse? Da könnt ihr Autokröße und so hinschreiben. Auch witzig. Und abgesehen davon bin ich da mal, dass Christian Nittner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut. Oder bis Gesche ihren Satz verendet. Ja, ich wollte noch was sagen. Schon wieder? Gibt es überhaupt nächste Woche eine Folge von Jörn Schaas von dem Podcast? Ja, sicher. Du bist doch weg. Ja, Magic. Willst du dir vorproduzieren? Nee, ich kann ja mal Kram mitnehmen einfach. Oder hast du es nicht mitgenommen? Ja. Nächste Woche lässt Jörn mich nämlich im Stich, muss man mal sagen, wie es ist. Jörn fährt weg. Ich bleibe hier. Ja, und ich wollte das noch sagen, dass ich meinen Vorstellungsgottesdienst in Rieselbü habe und dass, wenn das klappt, also ich wollte noch erzählen, dass ich, Jörn, ich wollte den Leuten noch erzählen, dass ich am Sonntag, wenn du weg bist, einen Vorstellungsgottesdienst habe in Rieselbü, weil ich mich da beworben habe und wenn das klappt, dass wir dann da vielleicht im September schon hinziehen und wenn uns jemand noch in Husum besuchen will, dass die das dann vormachen müssen. Und sag bitte Bescheid. Ja, könnt ihr. Und dass wir noch nicht ganz wissen, deswegen was mit Deichpot ist. Meinst du, das interessiert die Leute oder ist das... Geht so. Nee, dann lasse ich das auch. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Linden als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis er eine weitere Folge erscheint von Jörn Schlaas für einen Podcast. Alles Gute. Tschüss.